hallo und herzlich willkommen ich bin natürlich auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel ich werde das spiel mal starten ich habe es schon heruntergeladen meinen alten account habe ich wieder und jetzt wollen wir mal gucken was ich da machen kann ich habe es doch erst einmal gespielt das ist das zweite mal weil mein level war erst 4 annehmen ja okay ich muss ein paar sachen runterladen vor 66 tagen vor sechs tagen dann habe ich jetzt sehr viel energie naja ich hätte auch alles annehmen können oder wäre vielleicht schneller gegangen na die zeit muss sein ist in gange okay das ist ein geschenk meine daddies das ist schön dann werden wir mal 20 energie benutzen würde ich sagen was ist das da was ist das da dann gehe ich mal auf kampf das ist das da ist das da da sind wir mal 20 energie benutzen aber ich habe die die dann können wir mal 20 energie benutzen würde ich es nicht alles ist das da ist es das da ist es eigentlich alles ist das da wir mal 20 energie benutzen Und wir nehmen noch den hier, oder wir bleiben bei RedDog, LOL. Treffer die Geschwindigkeit automatisch, das ist schön. Letzter. Letzter. Okay. Nächste Stufe. Wer ist 8? Wer ist 8? Ah, haben wir noch einen 8er. Okay. Und komm. Okay. Okay. Hm. Hm. Gar nicht mal so schlecht. Und wieder Level Up. Nächste Stufe. Nehmen wir den neuen jetzt weg. Okay. Okay. Die Quest vorher 20 Energie benutzen. Ich glaube 9 habe ich jetzt. Ich glaube 9 habe ich jetzt. Okay. 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 Hey. Okay. Wir haben einen Blick. Und nochmal kämpfen. Immer diese große Kleine. Jetzt denke ich mal, wenn die waren hier, dann wird sie in Bern. Oh, das kriegt er auch. Nee, er hat es überlegt. Level 10. Level 10, Level 10. Wow. Alle ein Level Up. Jetzt so unwertig. Aber ich nehme den weg. Und kämpfen. Oh, jetzt habe ich auch alle Farben. Weiß, blau, gelb, rot. Wow, wow. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, bitte schön. Sibi. Elf. Okay. Ich glaube noch ein Kampf müsste ich machen. Ah, jetzt habe ich ihn. Ah, jetzt habe ich ihn. Mal schauen, wie viel er wieder hoch geht. Ich hoffe, er geht zu viel länger hin. Ich hoffe, er geht zu viel länger hin. Bis auf den vier. Sky Arena. Oh, nein. Pass auf. Pass auf. Oh, nein. Genau. Eins. Oh, nur ein Level. Schade. Ich kriege den als Belohnung. Das ist ja nett. Wird mir mit Post geschickt. Wie der wohl im Brief. Oder als Paket, ja. Blub, 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 blub. Schnell weiter klicken. Okay. Was war das? Oh, ich bin Level 5. Red Bartak. Mhm, 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 mhm. Yo, yo, yo. Eins sammeln. Das waren die 20 Energie. Aber fertig. Hier haben wir noch Level 1 Geschenk. Juhu. Monster. Neu. R. Schon Level 2. Also sie ist bislang noch meine stärkste. Wann dein Schloss voll ist, weiß ich nicht. nicht da, einfach mal, mhm. Kussiefel. Wann النikh ProjectAmig. Wann? Wann. Oh shit. Wann. Wann. Oh, jetzt kostet es was. Wird immer teurer. Ob das richtig ist? Bis auf plus 15. Naja, plus 11 habe ich ja schon. Plus 12. Ich glaube, ich sollte lieber aufhören. Gleich bin ich pleite. Plus einmal geht noch. Ja was, plus 13. Und schon. Ach Mensch, auch schon. Okay. Zack, drin ist er. Ja, lass jetzt weiter so rein. Okay. Ein Schatztuch haben wir auch als Monster. Okay. 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 Ich habe alles da. Kann. Neeeeee. Kostet Geld. Nee. Bereit für eine Beschwörung? Ja. Ich habe ein paar Sachen, oder? 0, 0, 300, 238, 21 Schriftrollen, 12 Schriftrollen. Da habe ich 10 von 100, eins von, ja. Machen wir erstmal die hier, ja. Ich dachte mir ein Monster auch so machen. Ok. Feuer, Wasser oder Wind würde ich mal sagen, ja. Das sind genau die gleiche, nur alles in einer anderen Farbe. Und von Wind gibt es 2 mehr als, wie von Feuer und 3 mehr als Wasser. Aber welche? Den gibt es im Wind? Na, den gibt es auch. Den Drachen gibt es in allen Farben. Warte mal. Den gibt es in allen Farben. Den gibt es in allen Farben. Den gibt es in allen Farben. Okay. Dann jetzt die mit den Zöpfen, gibt es in allen Farben. Den gibt es auch in allen Farben. Den gibt es in allen Farben. Den gibt es auch in allen Farben. Den gibt es auch in allen. Den gibt es auch in allen Farben. Den gibt es auch in allen. Den gibt es auch in allen. Die Geisterfrau. Den gibt es auch in allen, habe ich gerade gesehen. und bei den alten herren sind wir gerade nach dem geist gibt es auch in allen farben gibt es auch in allen auch in allen der komfu panda ne den gibt es nur in zwei farben dann nehmen wir den blauen komponierer das pony gibt es in allen dann den da gibt es in allen den mit dem mond auf der stirn auch in allen den dämonen da gibt es auch in allen aber dafür lieber nicht dann nehmen wir den noch und den gibt es nur in gelb dann machen wir den in blau cool den gibt es nur in gelb dann die mit der katze gibt es in allen den hier gibt es auch in allen den mit dem x auf der stirn gibt es auch in allen den ritter gibt es auch in allen mit den zwei punkten gibt es auch in allen und den letzten gibt es auch in allen gibt es auch in allen dann schauen wir mal bei rot da fehlt noch einer was nehmen wir dafür einen ich nehme mal die hier mit der katze und es gibt am meisten von lichtern nehmen wir noch einen von dicht sag ich mal jetzt so ja nimm mal den drachen noch oder roten hund gab es ja nicht so ok beschwörend die hier auch das gleich ist und das sind so viele 5 6 7 5 6 7 ok das mache ich jetzt anders 7 monster ich habe am Anfang hier 3 gehabt dann werde ich jetzt 3 blaue mitnehmen welche sehen gut aus das sieht aus im geist oh den nehme ich in rot das sieht nicht so richtig rot aus Ja, der sieht cool aus, ach ich dachte nur 2, das sieht genauso aus, und die Vogelscheuche, ah, da fehlen noch 3 Sterne, hier genau das gleiche, allerdings jetzt 3 rote, 1, ein Elefant, 2, da, 3, 2 blaue, hm 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 Nö, du bist dabei. Ich nehme mal hier ein paar Frauen. Meistens sind das ja Heiler oder Heilerinnen. Aber ich weiß es nicht. Das und das sieht mir voll aus wie ein Heiler. Okay. Ich habe diese Rollen und muss trotzdem bezahlen. Ich habe so eine Schweinerei. Ach, das war ein Bär. Schon wieder die Heilerin. Hm, ich habe keinen mehr. Da brauche ich 100 Stück von, 50 Stück von. Ich brauche hier 12 Schriftrollen. Okay. Da, 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 da. Kann ich alle mit Eimer beschweren? Darf wirklich nur solche Tropfen mehr? Und wie viel Monster darf ich denn haben? Meine Insel ist gleich voll. Gut, dass es auf der Insel kein Corona gibt. Sonst werden wir jetzt alle in Quarantäne. Oh, der Tod ist da. Vielleicht gibt es da jetzt nur doch Corona. Ein Heiler. Bogenschützen. Ach, ich drück mal weg. Was ist das? Oh, Frankenstein. Schon wieder weggedrückt. Und eine Lüppier, äh, Hapier. Ach, die Feras. Minotaurus. Wo war ist das? Oh, ein Hap. Ein Champion. Ich habe ein Champion. Ist das gut? Ach, schon wieder der Tod. Der Sensenmann. Oh. Lebendige Rüste. Eine Katze. Oh, Katzenmensch. Ein Echsemann. Schon wieder ein Hap. Ein Hapier. Minotaurus. Oh, ist das. Und da kann ich noch was machen. Seen Slots. Ach, ich habe schon 50 Monster. Oh. Corona Party. Okay. Erstmal einsam. Und Monster. Okay. Und das auch. Okay. Was denn jetzt noch? Da ist irgendwas los. Okay. Da ist irgendwas los. Einsam. Wetter ein. 3 Plus Monster. Ja. Da ist irgendwas los. Da war ich auch von mir. Oh, hier ist noch etwas los. Limit. Halt. Nummer 1. Ah. reintun. Los! Schließen! Hm? Warum steht der da? Ich kann doch hier nichts machen. Nichts? Gar nichts? Ja... Kann ich auch nichts machen. Exklusiv! Ah, mit Geld kann ich auch nichts machen. Beschwörung? Was ist besser? Ich glaube die größte Teil hier, ne? Noch mehr? Ein Bestienjäger! Ja... Und dann kann ich es nur noch... Was ist das hier? Einfallbeschwörung? Keine Einfall... Okay... Dann kann ich noch das hier machen... Ja... Ja... Ein Hai! Was kommt jetzt, ne? Da haben wir schon! Den Kriegsbären! Und... Das war's! Mehr kann ich heute nicht mehr beschweren! Ja... Ui... Ei... 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 Oh... So viel Doppelte! Hm... Die hab ich ja sowieso schon... Die hab ich auch auf meiner Liste drauf, ne? Naja... Egal... Naja... Egal... Da... Und... Ein paar Tropfen... Gut... Das war alles... Könnt ihr nicht irgendwie sortieren... Lila hab ich nichts! Nicht ein Einzüge... Obwohl... Da steht... 45... Ach... Ne... Die sind alle... Zu starr... Warum sind die schwächsten? Guck mal... Da müsste ich einen haben... Ja... Da... Nein... Klick... 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 Scrollen... Der sieht ja cool aus... Ah... Hier hab ich ganz viele von... Hier auch... Und... Hier auch... Hm... Naja... Event nochmal... Anschauen... Angeschaut... Ich würd mal sagen... Äh... Ich weiß jetzt nicht... Das war jetzt ein bisschen viel gewesen... Keine Ahnung was ich jetzt machen muss... Ich geh einmal auf Kampf... Arena... 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 Und der Lida... Muss der hier sein... Das ist ein Symbol... Und... Da will ich mal die Stärkste nehmen... 11... Der ist auch 10... Ganz vorne war noch ein 10er... Ansonsten... Bei dem Hund... Ah... Ne... Dann sind wir den... Cut! Attacke! Mein erster... Arena... Kampf... Ich glaube... Ich gewinne... Das ist noch nicht vorbei... Verteidigung... Lida... Hier... Zack... Der weg... Und... Die... Pflanze... Platzieren... Perfekt... Kampfprotokoll... Vor 12 Stunden wurde ich angegriffen... Uhhh... Ich glaube der Schocki nicht... Also lieber nicht... Welt Arena... Welt Arena... Muss ich 35 sein... Jutiii... Dann... Ähm... Zurück... Schock... Als nächstes würde ich sagen... Wenn das Spiel das nächste Mal ankommt... Aber wenn ich morgen... Wenn es morgen nicht ankommt... Und ich so ein bisschen spiele... Probier ich mal hier ein bisschen aufzuräumen... Weil die haben wir jetzt... 1... 2... Ganz vorne... 3... 3... Mal... Ok... Ich sortiere das... Gleich nach Wasser... Nach Feuer... Nach Feuer... Nach Feuer... Oder auch nicht... Naja... Werd ich mal gucken... Subi... Dann würde ich mal sagen... Das war's für heute... Und... Danke fürs Zuschauen... Ich würde mich freuen... Wenn ihr noch mal nicht so dabei seid... Bis dann wünsche ich euch... Viel Spaß... Und... Auf Wiedersehen... Ciao...